Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück für die Radio-Hörer bei Online-Geistern hier auf korax-und-online-geister.com. Heute reden wir über Start-Ups. Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Fragen und Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung im Wiki bei der Seminar und auf online-geister.com. Heute bist du quasi extra kompetent bei mir, denn du hast erst vor kurzem selbst ein Start-Up gegründet. Genau, zumindest darf ich mich jetzt ganz frisch so nennen. Wir haben eine Förderung der Investitionsbank bekommen, dürfen es deswegen auch als Start-Up Made in Sachsen-Anhalt bezeichnen. Und ja, der Seminar habe ich ja hier und da schon mal ein bisschen mit erwähnt und das ist halt auch das Thema. Wir wollen da eine Mediathek für den Mittelstand machen als Bildungsinhalte und das ist halt unsere Start-Up-Idee. Und da habe ich ja auch im Vorfeld der Sendung mal ein paar andere Interviews geführt, die wir dann auch so ein bisschen mit einbetten, wie auch das Verständnis vielleicht ist für Start-Ups. Also wieso reden wir erstmal eigentlich auch alle über Start-Ups? Womit zeichne ich mich überhaupt so? Was ist eigentlich ein Start-Up? Wenn ich da mal anfange, also Start-Up aus dem Englischen. Jemand beginnt mit etwas, jemand fängt an etwas zu tun. Und das bezieht sich jetzt im Kontext, wie ich mitbekommen habe, meistens auf eine neue Firma auch. Also wirklich schon für mir, das ist man schon als Unternehmen, die Geld verdienen wollen, die was Neues produzieren, anbieten möchten. Also wir haben Online-Greise ja gegründet, aber Online-Greise selbst ist kein Start-Up, oder? Also wir sind ein Podcast und fertig. Oder Radiosendung in dem Fall. Aber Start-Ups gibt es mehrere Definitionen. Schauen wir doch einfach mal. Also im Duden findet sich da Begriff, dort ist es ein neu gegründetes Wirtschaftsunternehmen und damit fallen die Online-Gaste ja schon mal raus, weil wir kein Wirtschaftsunternehmen sind in dem Sinne. Aber vielleicht im Gabler Wirtschaftslexikon, die sagen, das sind junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee mit geringem Startkapital gegründet werden. Also auch wieder ein junges Unternehmen, das wachsen möchte, aber da kommt auch dieser Punkt mit dazu, das in der innovativen Geschäftsidee. Und geringes Startkapital. Ja, also eben. Also Amazon wäre quasi kein Start-Up. Die hätten genug eigentlich. Unterschiedlich, unterschiedlich. Also inzwischen haben sie ja genügend, aber historisch wären ja auch Facebook, Amazon, Ebay, was weiß ich nicht, Snapchat als Start-Up bezeichnet. Heute andere Start-Ups, wenn ich jetzt an N26 denke, das ist ein Fintech-Start-Up aus Deutschland, also eine Bank, moderne Variante davon. Also SpaceX von Elon Musk, der hat natürlich ein bisschen mehr Kapital gehabt, als er SpaceX gegründet hatte. Okay, ja. Aber, oder Tesla im E-Auto-Bereich, die gelten halt auch als Start-Up. Und das ist ja auch schon so ein bisschen dieser Punkt, dass es bei beiden Definitionen auch schon mal jetzt nicht wirklich eine Begrenzung gibt, was ein Start-Up ausmacht. Da kann ich nämlich direkt sagen, es gibt keine Regel, wann man etwas als Start-Up bezeichnen kann. Es ist einfach ein Etikett, es ist ein Label. Das ist nicht mit einer gewissen Größe verbunden, was Einkommen angeht, nicht mit einer Mitarbeiterzahl oder sonst was. Es ist so einfach, dass ich jetzt einfach, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, wenn ich selbstständig bin, dann mache ich mein Instagram-Konto auf, gehe in den über mich Text und schreibe dort einfach rein, ich bin Start-Up-CEO und dann bin ich das. Also es gibt keinerlei wirkliche Regeln dafür und das erschwert sich und da auch so ein bisschen, was halt so eine richtige Einteilung auch angeht. Also wenn jetzt Erna ein Promottengeschäft aufmacht in der Innenstadt, ist das ein Start-Up? Wenn sie keine Kette ist, nicht eine Kette wie Franchise oder so. International hat man sich ein bisschen darauf geeinigt, was so ein Start-Up ausmacht. Also vor allem ein junges Unternehmen, da wird gerne so gesagt, so fünf Jahre und jünger plus minus, dann gilt es als Start-Up. Es muss eine innovative Idee sein, also etwas, was es vorher noch nicht gab und es muss sehr stark halt auf potenzielles Wachstum, auf sogenannte Skalierbarkeit ausgerichtet sein. Also es ist immer vergleichbar wie soziale Medien, Facebook als Beispiel, die mit Null gestartet haben und inzwischen zweieinhalb Milliarden Nutzer haben, knappe 15 Jahre später. Die waren ja auch nicht jetzt komplett, jetzt gehen wir weiter in Wirtschaftstheorie rein, aber der war eine Litze der Universität, der wird nicht bettelarm gewesen sein, der Zuckerberg. Und das sowieso nicht, aber man muss halt immer den Vergleich anstellen. Das ist auch wieder das Problem, bei Start-Ups gibt es keinen Groß oder Klein und da haben wir auch Daten, die bei socialmediastatistik.de sich finden, dass Start-Ups und viel Geld sowieso nicht unbedingt zusammengehen. Also Start-Ups sind selten Milliardäre. Das war basierend auf dem deutschen Start-Up-Monitor als Quelle, wie sich in Deutschland Start-Ups nach Umsatz verteilen. Und da, vielleicht mal für die Übersicht, das ist verhältnismäßig gleichartig verteilt, aber etwas mehr als 20 Prozent haben ein Einkommen von maximal 50.000 Euro im Jahr. Klingt das für einen normalen Angestellten natürlich sehr, sehr viel, aber wenn man zwei Mitarbeiter hat, wären das 25.000, dann wäre man bei, wenn man das nur auf Personalkosten fährt, etwa 2.000 Euro Einkommen. Und das sind ja niemals nur Personalkosten, Miete, Technik etc. geht sowas immer mit rein. Also Start-Ups, die sich auch so bezeichnen und die halt eben beim Start-Up-Monitor erfasst worden sind und meistens sind es auch ein bis zwei Gründer, Mitarbeiter, wie auch immer in der Größenordnung. Also es sind in dem Fall keine gleichreichen Unternehmen. Ich finde es schade, ich muss selber rechnen, in der Statistik gibt es, der ist der höchste Balken bei bis 500.000, was 12,5 Prozent sind, aber es gibt keinen Extra-Balken für über 500.000. Du müsstest mal zusammenrechnen, was das davor ist. Hast du Lust zu, hast du schon gemacht? Also bei der Umfrage selbst verlinken wir euch natürlich auch alles. Da sind einfach so alles um 10 bis 20 Prozent Bereich maximal angesiedelt und halt eben keinen Umsatz bis 50 bis 150 bis 250 bis 500.000 Euro Umsatz. Und halt eben oben drüber gibt es auch noch, aber zusammengerechnet ganz grob machen die etwa so zwei Drittel aus. Also ein Viertel bis ein Drittel hat dann mehr als 500.000 Umsatz. Aber da auch, das heißt dann eben, das könnte eine Million, das könnte eine Milliarde sein. Also da ist natürlich auch der Raum sehr, sehr weit. Aber ich glaube, bis halbe Million kann man sich auch als Otto Normalbürger noch ganz gut vorstellen, was so die Größenordnung des Geldes da angeht. Aber das einfach nur, fand ich ganz interessant, dass auch zum Beispiel selbst 11,6 Prozent beim Startup-Modulatur, die machen gar keinen Umsatz. Also es kann eben, sei es von gar kein Geld oder halt Minus, Miese an der Stelle, das kann ein Startup genauso sein. Also es ist nicht immer gleich dieses Klischee-Ding von, das sind eh nur Hipster aus Berlin, das sind eh nur irgendwie reiche Kinder von reichen Eltern. Kann sein, muss nicht, das ist halt eben dieses Prinzip bei Startups, das ist vor allem so eine, ich glaube, so ein Trend momentan, so ein Selbstverständnis bei vielen, sich als Startup zu bezeichnen, weil man halt eben was anders machen möchte, als es die Eltern dazu gemacht hat. Ja. Man ist kein Gründer, man ist ein Startup. Ja, aber Gründer und Startup geht eigentlich auch miteinander einher. Aber wozu wollen denn die jungen Leute sogar ein Startup gründen? Es gibt ja schon eine Menge Startupen, man hört ja ständig davon, also die sprießen ja aus dem Boden wie Löwenzahn. Startups haben so ein bisschen inflationären Gebrauch inzwischen, das merke ich deutlich. Also dieses Neue und Tippe, also der Begriff Startup, der zieht halt immer noch bei vielen, gerade bei Geldgebern und deswegen benutzen es halt viele ein bisschen so als netten Marketing-Spruch. Aber im Normalfall Startups, das kann ich auch sagen, das steht im deutschen Startup-Moditor auch mit drin, die meisten Startups werden wozu eigentlich gegründet, also wozu gibt es überhaupt welche? Da habe ich mal ein paar Daten rausgesucht, einmal für Deutschland, für die Schweiz und für Österreich. Also wirklich mit Abstand ganz weit vorne, das ist knapp ein Drittel der befragten Startups, oder der untersuchten, was ist eine Befragung? Der befragten Startups. Der befragten ist Informations- und Kommunikationstechnologie und der zweite Platz ist damit knapp 10% Ernährung, Nahrungsmittel, Konsumgüter. Da haben wir nachher auch mit hülsenreichem Beispiel ein Startup aus unserem schönen Halle an der Saale, die jetzt genau in diesem Konsumgüterbereich tätig sind, die machen Snacks. Aber die meisten, wirklich ein Drittel und der ganze Rest ist dann so 10% und weniger. Genau, Medizin gibt es da noch, Autorität, Logistik, Freizeit und Sport, alles Gaming, Human Resources, Bildung. Also wirklich unter 5% ist der gesamte Rest dann alles. Also mit weitem Abstand knappes Drittel Informations- und Kommunikations- oder IKT-Technologien. Gab es nicht auch in dem deutschen Tal, wo du aufgewachsen bist, wie Chiffry, so eine WhatsApp-Variante? Da gehen wir in unserer Folge Nummer 4 bei Messenger, glaube ich, auch nochmal mit drauf ein. Die sind auch ein Startup mit Informations- und Kommunikation aus Halle, also Großraumhalle, Saalekreis. Also wären sie, glaube ich, bei Definition, aber sie sehen und bezeichnen sich nicht als Startup. Also was bezeichnen sie nicht denn? Als Unternehmen schlicht und ergreifend. Achso, ja. Wie gesagt, Selbstverständnis. Jetzt hat man sich, als man da in der Schweiz gefragt hat, einfacher gemacht, hat man einfach alle, die unter 5% sind, zusammengefasst in 29% andere. In der Schweiz ist es ein bisschen besser verteilt. Da hast du 14% Software, 12% Life Sciences, 11% Industrieprodukte, Hardware, Elektronik. Und in Österreich schaut es ganz so aus, da ist auch wieder mit Abstand Software dabei und danach dann die Life Science, also Biologie, Biotechnologie, was es da so in dem Bereich gibt. Jetzt auch irgendwelche organischen Gewebestoffe und was weiß nicht alles geht, also so der harten naturwissenschaftliche Bereich ein bisschen. Und da aber auch dann Hardware, Kreativwirtschaft, finde ich ganz interessant. Wird hier nochmal natürlich anders zusammengefasst, aber 7,4% macht das aus. Das heißt aber überall, das ist leider nicht so gut vergleichbar, die Statistiken über anderen Namen benutzen. Ja, aber was auf jeden Fall auffällt, Software, Informationstechnologien, das ist mit Abstand das meiste. Und üblicherweise sind Startups auch Technologieunternehmen. Die bieten irgendeine App, irgendeine Software, irgendeine technische Lösung für etwas an. Das ist eigentlich immer das Einigende, egal ob ich mir da den Austrian Startup Monitor, den Swiss Startup Radar oder Radar anschaue oder den deutschen Startup Monitor. Das sind die Quellen, verlinken wir euch auch alles. Das ist zumindest die Gemeinsamkeit von allen. Und da vielleicht... Okay, das sind Leute, die, weil sie Startups machen und für wen sind Startups da? Vor allem für andere Unternehmen. Das ist jetzt hier wieder aus dem deutschen Startup Monitor herausgenommen für das Jahr 2018. Also welche Kundengruppen wollen Startups vor allem ansprechen? Da sind es fast zwei Dritte, etwas mehr als zwei Drittel B2B-Geschäft, also Business-to-Business-Geschäftskunden. Dann fast ein Drittel B2C, also Business-to-Consumer oder Customer, also der Privatkunde, der Endkunde, also wir als ganz normale Menschen. Etwas mehr als ein Viertel, das ist schon nicht ein Drittel. Ja, okay, 27,5%. Weil noch mal knapp 5% fallen halt auf B2, was ist das? G, Business-to-Government, also öffentliche Kunden, Verwaltungen, etc. Das sind auch so die drei großen Bereiche, in die das gerne eingeteilt wird. Also wir warten, dass da irgendwie C2B kommt, aber das macht ja keinen Sinn. Doch, gibt es auch im Social-Media-Bereich durchaus. Wenn du an zum Beispiel Ebay denkst, kannst du ja auch als Einzelner was verkaufen, das zum Beispiel von einem Unternehmen kaufen lassen. Das wäre dann eben Consumer-to-Business. Okay. Gibt auch die Variante, aber das ist jetzt nicht so extrem verbreitet wie der ganze andere Rest. Und bei Startups, vor allem halt eben mit über zwei Dritteln, richten sich Unternehmen an andere Unternehmen. Also wenn ihr schon mal von Startups gehört habt und euch wundert, warum habe ich mit keinem zu tun, liegt es vielleicht daran, weil ihr ein ganz normaler Einzelmensch seid. Und die Startups sich da nicht hinrichten. Wie viele Startups euer Unternehmen nutzt, Services von dem nutzt und so. Was Startups aber genauso auch ausmacht und da haben wir einmal gesprochen mit Paul Wolter vom Bundesverband Deutsche Startups. Es gibt alles einen Dachverband in Deutschland. Wie sind Startups eigentlich aufgebaut? Da haben wir auch ein paar Daten und das würde ich mal gerne dann zu Diskussionen stellen. Meiner Aussage sind Startups sexistisch, elitär und neoliberal. Toms Aussage erstmal zum Thema Sexismus bei Startups. Also es stimmt, dass es aktuell nur gut 15 Prozent der Gründerinnen und Gründern Frauen sind. Das ist ein großes Problem, was wir auch als SADA-Verband versuchen zu adressieren mit verschiedenen Projekten. Wir haben auch eine Extrastudie gemacht zu nur weiblichen Gründungen. Wir haben auch bei uns im Verband ein Frauennetzwerk. Die Gründe sind vielfältig. Beispielsweise haben viele Gründerinnen und Gründer einen MINT-Studienfächer studiert. Das studieren auch weniger Frauen. Das ist vielleicht ein Grund, es gibt viele weitere. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass das kein Startups-spezifisches Problem ist. Dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, muss ich nun mal allein die Vorstände von den deutschen DAX-Unternehmen anrufen. Und Startups, glaube ich, kein Einzelfall. Und für eine andere Meinung haben wir auch ein Gespräch mit Emilie von Hülsenreich, einem Startup aus Halle, geführt. Die hatten wir ja schon mal kurz erwähnt. Und die sind im Bereich von gesunden Snacks unterwegs. Und Emilie meint dazu? Ich glaube eher, dass in unserer Gesellschaft dieses typische Bild von einem männlichen Gründer manifestiert wird. Oder dass das vor allen Dingen gezeigt wird. Es gibt zu wenig weibliche Vorbilder, die rausgehen und mutig sagen, hier, ich bin eine Frau und ich mache jetzt auch mal was. Und das, was natürlich gespiegelt wird oder vorgelebt wird in einer Gesellschaft, das trauen sich dann auch die angesprochenen Leute mehr zu. Und das sind dann nun mal Männer. Es gibt aber auch genug Frauen oder immer mehr Frauen, die gründen. Und was wir halt machen müssen, ist uns zeigen und auch jungen Frauen Mut zu geben, den gleichen Weg zu gehen. Das vollständige Interview sowohl mit Paul als auch mit Emilie verlinken wir euch dann bei online-gaster.com. Das gibt es dann als extra Podcast-Ausgabe. Und das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Ja, ich finde, wir haben beide korrekte Sachen gesagt. Also wir haben gesehen, viele Start-ups kommen aus Technologie-Bereich. In den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. Technologisch an sich. Technologie an sich. Es sind einfach sehr, sehr wenig Frauen da, die das studieren. Was eben auch die Gründe hatte, die Emilie angesprochen hat, dass eine Gesellschaft sehr wenig Vorbilder in die Richtung gibt. Hat eigentlich auch Paul, finde ich, ganz richtig gesagt, dass es ja nicht nur ein Start-up-Problem ist, sondern ein generelles gesellschaftliches Problem. Insofern, das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter diskutieren. Aber ich wollte es auf jeden Fall mit angesprochen haben, einfach als Elefanten, der im Raum steht. Denn im Start-up-Monitor waren halt eben von 2013 bis dann 2018 Erhebungen mit dabei. Und da waren jeweils um mindestens 85 Prozent der Gründer immer männlich gewesen. Das hat schon zumindest ein bisschen Geschmäckle und da fand ich es gut, dass wir da jetzt einfach mal eine Meinung bekommen haben. Genau, eine weitere Stelle, die gibt es noch zum Bildungsstand, Bildungsabschluss, der Start-up-Gründer. Und da ist jetzt auch wenig Überraschung, dass man mit mehr, mit dem Bildungshintergrund auch mehr Anreiz, mehr Bewusstseins formulieren. Mit einem höheren Bildungsabschluss hat man vielleicht auch mehr das Selbstbewusstsein unter dem aufzubringen. Ja, man fühlt sich auch vielleicht für mehr eine Lage, das jetzt zu machen. Deswegen sind es auch ziemlich genau ein Viertel aller Start-up-Gründer haben einen Master. Hi. 23,9 Prozent haben noch ein Diplom. Das gibt es ja inzwischen, noch eine Stunde haben sie immer noch, aber wird weniger. Da wird es auch mit dazu liegen. 90 Prozent gründen schon mit einem Bachelor und 13 Prozent haben sogar eine Promotion. Also Doktorgrad mindestens dann. Genau, mindestens Doktorgrad. Und dann gibt es sogar welche ohne Hochschulabschluss, das sind 7 Prozent Gymnasium. Dann wird es weniger. Und 0,4 Prozent mit Hauptschulabschluss oder 0,3 noch in Ausbildung gründen Start-ups. Aber die Masse halt eben wirklich mit einem Hochschulhintergrund, was auch erstmal ein interessantes Statement einfach ist. Ich meine, ist bei mir ja genauso. Also über 90 Prozent haben Hochschulabschluss. Ja, und wenn ich jetzt bei der Seminar mal schaue, ich meine, ich habe einen Masterabschluss, Andreas hat einen Masterabschluss, Pia hat ein Abitur, aber sie ist in dem Sinne auch nur dann angestellt. Und wir haben Christine, die ist jetzt mit 56, unsere Praktikantin. Und das finde ich erstmal eine schöne Kombination auch, das ist auch bei Start-ups sehr verbreitet, dass es teilweise sehr bunt zugeht da. Aber sie hat halt eben auch berufliche Ausbildung und sonst was alles. Also in dem Fall auch bei uns zwar sehr, sehr bunt gemischt, aber ich als Inhaber halt auch klassisch Masterabschluss und passe da definitiv auch in diese Statistik mit rein. Für den letzten Punkt, da geht es um politische Ausrichtung, wurden Start-up-Gründer gefragt, welchem Parteichef man die größte Gründerkompetenz zusprechen würde. Und da ist die Reihenfolge FDP, Grüne, CDU, nochmal Grüne, aber halt mit weitem Abstand wird der FDP-Chef Christian Ninder die größte Gründerkompetenz zugesprochen. Das hatten wir auch im Interview mit Paul, der dann gemeint hatte, naja, das ist aber jeweils die Person gewesen, nicht die Partei, muss man auch im Hinterkopf behalten. Kann aber aus meiner eigenen subjektiven Erfahrung sagen, dass speziell, was Unternehmer angeht, was auch Gründe angeht, so die generelle selbstständigen Szene, da ist die FDP schon sehr populär. Also ich habe da auch immer mal wieder Studien, Statistiken, so die Sonntagsfrage unter Unternehmern, welche Parteien würden sie im Bundestag wählen, da ist die FDP sehr, sehr viel stärker als in der normalen Bevölkerung. Was ich jetzt für Startups interessant finde, ist ja, dass Henrik Lange, der in der Stichwahl ist, zum Aufstattungszeitpunkt kommendem Sonntag. Für die Stadthalle. Für die Stadthalle, als Oberbürgermeister. Als Oberbürgermeister, also wir sind aus Halle, wir sind hier Hallenser, dass der ja vorhat, ein Gründer-Grundeinkommen einzuführen. Wenn jemand ein Unternehmen gründet, also auch Startups, dass der von der Stadt ein Grundeinkommen ausgeteilt bekommt, damit er über die erste Zeit in dem Startup da vernünftig das aufbauen kann. Das wäre eine linke Idee. In dem Fall ja. Und das ist auch etwas, was ich sehr häufig auch fordere, wenn ich bei irgendwelchen Gesprächen mit dabei bin. Gerade gestern Abend war wieder bei uns von der Regionalen Mitteldeutschen Zeitung das Open Network genannter Event. Und da gab es dann auch eine größere Diskussion betreffend Gründerkultur in Deutschland. Oder hat eben das Fehlen einer? Denn ich habe das in der Schule nicht beigebracht bekommen, dass es auch Selbstständige gibt, wie man Unternehmen macht oder überhaupt eine Steuererklärung ausfertigt. Das war niemals Thema. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil das auch mit dazu gehört. Ich sage nicht, dass jetzt jeder ein Unternehmen gründen soll, aber Schule soll uns ja auch vorbereiten aufs Leben. Und das kann halt auch in so eine Richtung gehen. Ich habe selbst Gespräche geführt mit Selbstständigen, bevor ich mich in so eine Richtung entschieden habe. Und selbst bin sehr häufig auf die Fresse geflogen, ich sage es mal ganz direkt, mit einigen Angelegenheiten. Also halt eben in der Selbstständigkeit. Es war nicht unbedingt immer einfach, aber es hat halt geholfen. Es hätte mir aber, glaube ich, noch mehr geholfen, hätte ich einfach so eine Vorbereitung auch ein bisschen gehabt. Dafür gibt es ja auch Gründerkurse, Seminare. Ich meine, bei der Seminar machen wir dann nichts anderes, als da auch so eine Hilfe geben zu wollen. Aber ich finde halt einfach die Sensibilisierung für das Thema ist in Deutschland sehr gering ausgeprägt. Da ist auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf, was aber auch sehr wichtig ist, wenn man erstmal so ein Startup gegründet hat, muss man bei der Stange bleiben, muss man alles am Laufen halten. Wie auch die Doobie Brothers in Long Train Running. Die Doobie Brothers mit Long Train Running. Wo wärst du ohne Liebe? Werst du ohne Startups? Ohne Startup-Liebe. Zumindest liebe ich mein Startup. Und um diese Liebe auch zu verbreiten an andere, wie kann ich eigentlich ein Startup gründen? Wir haben da ein paar allgemeine Link-Tipps und dann auch unsere persönliche Meinung. Erstmal für die Link-Tipps für euch da draußen. Also es gibt zum einen die Website des Bundesverbands Deutsche Startups. Das wäre dann erreichbar unter deutschestartups.org. Für ein paar regionale Tipps kann ich zum Beispiel auch den Newsletter von startup-mittel-deutschland.de empfehlen. Das ist dann für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Derreich gibt es auch in anderen Bundesländern, also gibt es auch sehr viele regionale Sachen. Ich kann auch immer empfehlen, andere Selbstständige zu kontaktieren. Also da gibt es Coworking Spaces, Barcamps und so weiter. Tristan und ich waren ja auch schon auf ein paar Barcamps mindestens aktiv gewesen. Ein paar mindestens. Für die Vernetzung. Ich war auf zwei. Dann für speziell Studenten oder Schüler an sich kann ich empfehlen, es gibt Hochschulgründernetzwerke. Studentische Unternehmensberatungen, das ist eine Sache, die ich auch kenne. Genau und da einfach, gebt es in die Suchmaschine eures Vertrauens ein, da findet ihr dann auch entsprechende Ergebnisse. Geht zur Hochschule oder Uni hin und fragt einfach mal nach. Oder das. Also im Normalfall jede größere Hochschule, Uni hat sowas, mindestens was jetzt Unternehmensberatungen angeht, aber auf jeden Fall auch solche Netzwerke, die können entsprechend weiterhelfen. Und als allgemeine Technikempfehlung, speziell für Startups, hätte ich noch T3N, also Buchstabe T3N.de, das ist vor allem so. Wofür steht das? Kommt aus dem DeedSpeak-Bereich ursprünglich, also ist ein Technologiemagazin. T3N normalerweise ausgesprochen, auch wirklich. Und die machen halt auch recht viel für Startups, aber vor allem so im digitalisierten Kontext. Das ist aber so ein bisschen gleich als eine Art Magazin für die Szenen im weitesten Sinne, die jetzt auch deutschlandweit aktiv sind. Und ich hatte noch drei eigene Tipps, zwei eigene Tipps um. Einmal selbstständigemitteldeutschland.de als unsere Regionalplattform, unterstützt durch den Bund der Selbstständigen. Da sind wir nämlich dann auch noch bei verschiedenen Organisationen, Dachverbänden und so weiter. Also da fällt mir jetzt gerade akut ein, die Wirtschaftsjunioren, die für Angestellte wie Selbstständige gedacht und geeignet sind, den BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft oder den BDS, Bund der Selbstständigen, so als drei Beispiele einfach mal auch von Verbänden und Organisationen, die es gibt. Und ja, dann noch die schaffnose Eigenwerbung, derseminar.de, da sind wir jetzt gerade im Aufbau und wollen da natürlich auch selbstständig helfen. Zum Beispiel auch mit diesem Podcast hier, sowie auch unserem Wiki. Cool, da bleiben wir dran. Nee, ich finde es auf jeden Fall schön, dass es so viele Startups gibt, die aus den Boden sprießen wie der Löwenzahn. Weil, wo kommen wir denn hin, wenn alle bei Amazon oder Google oder Facebook oder Technologie ist es eben hauptsächlich oder bei den großen, bei Nestle, bei Dr. Oetker, bei den großen Dingen arbeiten. Leute sollen wieder neue Ideen haben, sollen rauskommen und das sollte gefördert werden. Also meine persönliche Meinung, die sollen sich vernetzen, sollen sich gegenseitig kennenlernen und befruchten intellektuell. Ähm, und ja, höchst nicht mal vorbeigucken. Jetzt noch bei dir im Haus, oder? Genau, in der Bernhardi-Straße Nummer 12 in Halle, da ist die Fabrik, die machen auch ein Zwischen, haben sie zwar gesagt, eigentlich wollten sie nicht, aber Fabrikverkauf wird inzwischen hier und da ein bisschen mitgemacht. Gibt es auch immer mehr Läden, da zu kaufen die Snacks und da, wenn ihr eh schon mal da seid, könnt ihr uns dann auch gleich mal besuchen. Oder nicht die vielen Unverpackt-Läden, die ist, in Halle gibt es ein, aber in Deutschlandweit gibt es da eine ganze Menge, die sind ja auch eigentlich Startups, wenn man da Unverpackt-Laden als neue Idee gründet. Da haben wir da wieder Problematik, sieht man sich als Startup oder nicht? Ja, genau, aber auf jeden Fall, es hält den Markt vielfältig, es gibt viele Angebote und man hilft kleinen Leuten und füttert nicht Jeff Bezos oder so. Ich empfinde Startups, jetzt abgesehen von diesem Klischee Startup, wie halt die großen kalifornischen Unternehmen beispielsweise, aber halt eben auch so kleinere Unternehmen. Normalerweise startet ein Startup ja klein und wird dann erst groß. Ich empfinde sie häufig auch als ein schönes Korrektiv für bestehende Unternehmen. Das hat eben so große Unternehmen dann irgendwann so in diese Gefahrenfalle tappen von, man verrennt sich in irgendwas. Da können Startups halt einfach schon durch die Konkurrenz wieder ein bisschen was beleben und so eine Mark, so eine Branche auch gleichzeitig wieder auf einen, ich sag mal, gesünderen Weg führen. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, finde ich so ein bisschen dieses leichte Chaos-Element, was dadurch einfach kommt, dass immer mal wieder so verkrustete Strukturen auch durch Startups aufgebrochen werden können. Dass irgendwer plötzlich in einen bestehenden Markt reindrängt und die etablierten Unternehmen plötzlich nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Plötzlich Landsberg Bier, Radeberger verdrängt aus den Regalen. Oder ein Unternehmen wie Uber, die Taxis aktuell verdrängt. Zum Beispiel. Oder wenn ich an Airbnb denke, mit Hotels vielfach. Veränderung ist gut. Es hat, glaube ich, mal beim Philosophiestudium viel mehr der Satz, Stillstand ist Katastrophe. Also absolutes Chaos ist nicht gut, aber absoluter Stillstand ist auch nicht gut. Also im Bestfall so ein bisschen Bewegung ist niemals schädlich, aber man sollte es auch natürlich nicht übertreiben. Also ich versuche immer zu schauen, nur ein bisschen der mittlere Weg zwischen den Extremen ist vielleicht das Erstrebenswerteste an der Stelle. Aber das ist zumindest meine Sicht. Aho, mittlerer Weg. Wir sind am Ende angelangt. Das heißt, wir machen noch kurz ein weiterer Dingel. Online-Geister. Feedback. Wie ihr gehört habt, ging es heute um Startups. Und als besonderes Gimmick gibt es bei uns ab sofort eine Tochterproduktion Startup Nation, ein Online-Gaster-Podcast. Hast du mir gerade erzählt? Soll eine Überraschung sein. Okay, cool. Ich habe es erst mal als kleines Projekt von mir gestartet, weil du jetzt nicht direkt mit Unternehmen da was zu tun hast. Du bist aber natürlich sehr und herzlich eingeladen, dich mit zu beteiligen. Ich will es jetzt einfach erst mal so als eine Art kleines Tagebuch führen. Ich habe jetzt gerade diese Situation, ich bin Startup-Unternehmer, ganz frisch und halt eben die Herausforderungen, die da somit passieren, das will ich einfach mal so etwas erfassen und halt auch weitergeben. Ich hätte eigentlich in den Abschnitt eben reingepasst, aber wer neu gegründete Bands damit Geld verdienen wollte, ein Startup, wenn sie es so bezeichnen? Könntest du so nennen, wird glaube ich traditionell nicht unterverstanden, aber ja. Dann nämlich auch die Band Betonbrauch, wenn ich letzte Woche ein Lied gespielt habe, hat ein Podcast, die Proberaum-Gruppies, wo sie im Prinzip alle zwei Wochen erzählen, wie es ihnen als junge Band ergibt mit ersten Auftritten, Liederschreiben, Album veröffentlichen, was interessant ist. Und das ist quasi deine Version davon, das Startup Nation, Online-Geister-Podcast, wie du dem, der Seminar, Startup folgst, als Podcast. Sozusagen, das ist halt eben die Sache, Startup hat nicht diese krasse Definition, es ist eigentlich offen für Interpretationen. Und deswegen auch, liebe Leute da draußen, schickt uns eure Meinung, sagt uns eure Meinung. Habt ihr ein Startup? Wollt ihr ein Startup gründen? Und generell die allgemeinen Informationen, Shownotes, Infografien und alles weitere zur Sendung einmal bei uns in den Shownotes, da auf mehreren Webseiten verteilt, ansonsten, wenn ihr es kompakt haben möchtet, in unserem monatlichen Zwei-Minuten-Briefing, das gibt es unter online-geister.com slash Newsletter, haben wir euch nochmal das Wichtigste aufbereitet. Und natürlich sind die Interviews mit unseren beiden Gästen von heute, die wir in der Ausstattungsweise hören konnten, auf der Internetseite online-geister.com, das waren Paul Wolter und Emilie von Hülsenreich. Vielen Dank, das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut, liebe Hörer, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann geht es um Mies. Ach je. Das war Online-Geister, Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören